Das appando me i was a young once , and now im done with this world Epic L Tank Ich bin der liebe Epic Lатив Etosche Lane Day Epic 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 Luso Epic Lane Day Bin ich auch Epic Lane Day Epic Lane Day Epic Lane Day Willkommen zurück zum Lustig Favro 9 Let's Play. Sollen wir nochmal 3-2-1 machen, damit du auch dabei bist? 3-2-1. Bist du ready? 3-2-1. 3-2-1. Warte, ich will doch wieder mit Orion spielen. Jawoll. Ja, ich... Wir spielen alle mit Orion. Oh, das Lied wollte ich gar nicht anmachen. Scheiße. Ich wollte eigentlich ein anderes Lied anmachen, aber egal. Willem! Gleich singen alle mit, okay? Oh, ja. Ja. Wahrscheinlich mit singen, oder? Let's go. Let's go. Let's go. Ah. Ah. Ja. Das ist der Breakforce Song des Jahres. Come on. Oh mein Gott. Der Maurice schafft hier gerade das Drop'n'Run. Maurice! Nicht die Königliche Fuß anfassen. He. 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 Oh. Oh. Wo ist denn der Zombie? Wo ist der? Ist der im Haus oder im Bus? Der ist hinten irgendwo. He. Komm, lass es bis hin. Da. Pim-bum. Da. Pim-bum. Pim-bum. Ich fick keine Cale Spark. Ja? Bist du unnütig, mir eine Orion Fest zu geben? Wie bitte? Sollen wir tauschen und kannst die Waffe irgendwie wegwerfen? Geht ja nicht, dafür musst du sterben. Als ob! Ich würde dir schon einen Dawn Blaster geben. Ich hätte auch so gerne Dornblaster und würde dir dafür auch die Ohren geben. Aber nur für eine Runde, natürlich. Ja. Hey, also ich habe auch eine Ohren, aber ich gehe das selten, ne? Entschuldigung, ja, was? Wolltest du sagen? Oh, nein. Oh mein Gott. Äh. Ach mann. Nein, nein, hinter dir! Scheiße. Alther, Leute. Nein. Das Problem ist, ich will meine schweren Waffen skillen, aber es geht einfach nicht. Wieso? Hitler-Waffen! Ja! Hitler kann das sein. Dornblaster! Also Kinder, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, das Spiel heißt BrickForce und das müsst ihr euch echt mal kaufen. Das kostet 0 Euro, aber wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr ein bisschen Euro reintun, du. Und dann kann Garmigo so ein bisschen das Spiel vielleicht weiterentwickeln, wenn es in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht mal einen Entwickler findet. Sag mal, der Kogom ist doch Koreaner, ne? Kann der nicht dann auch wieder Kontakt zu Exegames aufbauen oder so? Einfach so, yo. Einfach so, yo. Ach, come on. Oh, du erhältst 1 Pick WinCoin. Ja, danach. Die farben mich. Jetzt weißt du, wie sich das anfühlt. Oh my god, Lupa, du hast einen sehr attraktiven T-Strander. Ohne mich hätte er den... Oh, Langeschwanz, Seku. Ah, ich... Oh, Bro, ich habe das eine Mal gehört. Warte, 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 wenn ich es... Lass mich mal... Ah, ich war... Machen, die anderen... Oh, fuck. Ich habe gerade... Warpiece benutzt. Hast du das Bild von meinem T-Strande? Ja, echt ey. Send Newz, bitte. Send Newz! Send Newz, all right! auch aber ich hab Bricke Schotte bekommen ein Schottenbrick mein 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 oh wow wow der Pech pass auf Pechy Baby ja und jetzt nach links und jetzt nach rechts oh du bist so gut Pech du hast aber da würde rptx x echt vermissen wieder dabei zu sein da hat der Pech Pech gehabt der Pech nein der das Pech der Pech du 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 oh nein warum will das nicht warum heilt er sich gilt das für mich jetzt auch dass ich auch noch jetzt passt die Musik dazu ich hab auf einmal den Bus von unten gesehen was geht ab I will never go der Witz ist einfach Türkler wurde von Kaida gebaut Türkler V2 wurde von APTX gebaut Türkler V3 wurde von Lame Day gebaut und Türkler V4 von Back to Worlds hier mich ich gebe dir Krone du darfst aussuchen du musst natürlich jetzt abbrechen drücken ne was du musst abbrechen drücken wenn es jetzt kommt weißt du es los was hallo kannst du das ist ne gute Map komm wir ja mach mal irgendwas normales an wo es auch auf Skill ankommt sollen wir das noch an die Folge dran hängen ne 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 ich hab jetzt einfach ein Stocklöch ne 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 ich hab jetzt einfach ein Stocklöch ne ne da hören wir doch lieber auf liebe Zuschauer ja das darf sich mir auch in diesem Moment ja genau ja 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 �